Liebe YouTube-Freunde, seit mehr als einem Jahr, habe ich nicht gesagt, teilt dieses Video. Ich sage noch was. Schaut euch das ganze Ding an. Wir haben 15 Faktoren veröffentlicht unter diesem Video, die euch glasklar erklären, warum es ganz anders ist, warum man ganz anders investieren muss, warum diese letzten 40 Jahre eine Art Nirvana waren. Und jetzt kommt ein tiefes, schwarzes Loch. Und es hat weltweit, weder in Englisch noch in Deutsch, kein anderes Analysehaus derartig seziert. Und was geht es denn? Es geht über Übersterblichkeit und desolate gesundheitliche Zustände, die sich seit 2000 massiv steigern. Wir reden nicht über kleine Unfälle. Wir reden über eine Übersterblichkeit in der europäischen Bevölkerung von 16,3%. Wisst ihr eigentlich, dass das kriegsähnliche Zustände sind? Und wisst ihr, dass in nur einer fünfwächigen Periode in Deutschland, fünf Wochen, mehr Bürger gestorben sind, als normal, als im gesamten Vietnamkrieg, der 20 Jahre gedauert, mehr Opfer in fünf Wochen, als in 20 Jahren seitens der Amerikaner? Und wer meint, und das noch nicht erkannt hat, dass eine kranke und sterbende Völkerung zunehmend einen Einfluss auf die Nachfrage hat, der sollte noch mal einen Grundkurs belegen, mit Angebot und Nachfrage. Und jetzt mache ich mal ein paar reelle Beispiele, damit ihr aus der normalen Box kommt. Das machen wir auch schon intensiv Tag und Nacht seit drei Monaten. Wir mussten aufrecht aufnehmen und denken, was würde denn passieren mit unserem Finanz- und Bankingmarkt, wenn jede zehnte Hypothek nicht mehr bedient wird? Tod, krank, leistungsunfähig. Und das sowieso schon in einem irrsinnig schwierigen Wirtschaftsumfeld. Was passiert denn eigentlich in einem Gesundheitssystem, wo Tausende von Stellen unbesetzt sind, wenn hunderttausendfach Pflegebedürftigkeiten entstehen? Das ist möglich. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Und es betrifft nicht nur die Alten. Es betrifft sogar schockierend die Altersgruppen 19 bis 29 und 40 bis 49. Menschen, die auf dem Boden stehen, die agieren, angestürzt sind, konsumieren. Und dieses, dieser Faktor, lasst ihn einfach mal, lasst mich das doch den Faktor 16 nennen, das hilft. Ja, dieser Faktor, und das ist meine Ansage zu diesem Video, wird unser Bewusstsein, unser Leben derartig beeinflussen, dass wir in dreieinhalb Jahren und ich sage jetzt höchstwahrscheinlich die Welt, wie wir sie heute kennen und auch vor Corona nicht wiedererkennen werden. Und wenn ich von einigen von euch als Crash-Prophet gesehen werde, bitte versteht eins, unser internationales Rechercheteam mit weit über 300 Jahren Berufserfahrung in der Summe bietet die Lösung ein, dass man nicht in dieses schwarze Loch fällt, weil das ist höchstwahrscheinlich Totalverlust, alles weg. Aber das sagte er ja schon, Professor Schwab vom Weltwirtschaftsfonds, er werdet alles verlieren und glücklich sein. Und Charlie Munger, das Hirn in und hinter Warren Buffett, beide gehören zu den 20 reichsten Menschen der Welt, sagen nichts anderes. Und an der Peripherie der Wall Street, der Kapitalmarkt-Insider, wird es immer mehr geben, die das zunehmend verstehen, sie werden nicht drüber reden und außerordentlich profitieren. Wollt ihr außerordentlich profitieren oder wollt ihr euch beklagen? Wenn ihr dazu bereit seid, das ist das Video-Punkt aus Fertig meiner Karriere, dann schaut jetzt bitte, wie ihr diese Sonderstudie bekommt. Das geht wie folgt. Sie geht nämlich nur, weil es undenkbar ist, einen siebenstelligen Betrag in Recherche zu investieren und das Wissen kostenlos zu vermitteln. Sorry, es gibt nicht alles umsonst im Leben. Diese Sonderstudie gibt es in unserer Börsenbrief Plus Version. Und der ist, ich sage jetzt auch nochmal ganz klar, noch bezahlbar. Und das wird er nicht mehr sein ab dem 1. Januar 2023. Dann bleibt noch ein ganz normaler Börsenbrief, aber da wird es solche Studien drin nicht geben. Also geht auf den Link, schaut euch das an. Ich wünsche euch allerbestes Wissen, weil darauf kommt es jetzt an. Euer Florian und Tschüss. Musik